siehst du es was unsere erste folge läuft we are back with fifa ja ending grüß dich servus endlich endlich ist ja schon eine zeit her wo das ganze angekündigt haben kann ich kann mal innen wann haben wir gemacht schon lange ja mindestens ein zwei monate wichtig daher stimmt dazwischen hat sich viel getan ein neuer ein neuzugang hat es bei mir noch gegeben bei den salzburgern das stimmt naja muss man jetzt auch sagen bei den admira hat er spielt sogar glaube ich ja bei mir spielt er auch de place oder wenn man den auch ausspricht keine ahnung ja bei mir ist er hier christopher trimmel versteckt die abwehr hinten ja erster spieltag salzburg gegen die admira im testspielen hat die admira ein 0 zu 0 rausgeholt und auch salzburg hat unentschieden gespielt jedoch haben wir zu viel glaube ich genau vier zu viel gespielt also der platz ist ein paar zu viel ja sonst geht es immer nur mir so ja man habe ich mich gefreut auch über die idee die hier geboren wurde wo es auch wieder viele helferleins gibt aber was wird das die admira nicht verlassen wegschießen mino mino leitner er macht schon wieder oder was ist los mit ihm das war ein schüsschen er kann sie doch der ball besitzen hat die haben die salzburger ein bisschen mehr glaube ich ja salzburg macht das spiel mehr aber da hatte die admira problem im testspielen was sagt ich habe nicht sagt mal noch mal sagen wir das noch mal was das gesagt hast du mir was denn da zum schiedsrichter ist das was wir ja das hat er vorher gesagt es ist kein ja sagen sondern ein vorsager und vielleicht ein paar sager ein paar sager das war so heftig aber nach 23 minuten liga einstand der willi vorsager ja jetzt sind wir in der liga angekommen hast du favoriten beziehungsweise vielleicht abstiegskandidaten schon habe ich boah das ist für mich ein bisschen zu früh muss ich sagen nach einem testspiel jeweils nein das gibt sich du wichser man ist nicht der vorsage ja aber das war der strauss jetzt glaube ich nein das war der starke starke und der hat glück gehabt jetzt aber was war der fall was war das ja eh sei der wichser schiedsrichter sieben schüsse hat salzburg schon wow scheiße danke da buf der war nicht drinnen ich habe den auch drin gesehen ich habe schon gar nicht mehr reagiert wenn ich sonst wirklich ausgleichende gerechtigkeit muss man sagen favoriten ja salzburg zähle ich dazu eh schon wie in der liga rapide rapide ja also vom test her rapide sonst eigentlich jetzt schwer zu sagen wer c hat sehr gut gespielt für mich nah hat was ich nicht sagen okay abstieg kann ich da haben dann abstieg abstieg ist auch schwer eigentlich mal so wie sich die admira jetzt präsentiert und in das spiel ist das schon nicht gerade sehr herrlich naja aber gegen salzburg dabei noch 00 ja aber acht chance oder so und gegen lincoln city zwei torschüsse so gehabt okay ein bisschen mehr vielleicht aber das hat mich überrascht aber gut lincoln city bin ich im saft sage ich mal bist du teppert ja also abstiegskandidaten ist schwer zu sagen ich meine das ist wirklich abstieg ist ganz schwer für mich anzuschätzen genauso wie mein favorit man normal gehört die austria dazu aber testbild war auch nicht so berauschend nein vor allem da wurde jetzt auch die ich verrate jetzt einmal da wurde jetzt einmal die formation wieder umgestellt oh das war schon dort gibt es ja auch eine neue verpflichtung ja eine besondere sogar auf den habe ich habe generell auf die zweite liga irgendwie vergessen ich weiß nicht ich habe mich so auf diese erste liga verstärkt das habe ich mir irgendwie gedacht weil so wie du auf einmal mitgeboten hast bei dem das ist ja ich habe oft gehörst bei mir dann hätte ich ja nochmal gesehen ich habe ich habe mir den auch kurz überlegt dann habe ich mir gedacht nein dann wirst du sicher holen ich habe mir gedacht wurscht so dringend baue ich kann ztm ich muss sagen die place gefällt mir schon hier im spiel ja war gut am ball ja fast dass ich es geliebt für mich war ausschlaggebend dass dass ich ein problem gehabt habe mit glutbranzen der hat nichts gezeigt habe ich gefunden im test boah das kann ich da jetzt auch gar nicht zeigen minamino ist auch stürmer habe ich mir da gedacht wenn er so spielt wie auf der seite dann setze ich ihm als stürmer ein dann baue ich aber ersatz das war mein hintergedanke zu zweiter erschaffen das naja hat genau dahinter sehr ja schmidi bist du teppert ja das ist gelb für den schuss also schön langsam ja kratzt du am platzverweis naja so schlimm ist auch nicht 3 gelbe 3 2 oder ne vorsager strauss strauss hat auch gelb ich glaube dass keine kriegt hat es für den elfer keine gegeben der elfer war stark ich glaube der hat keine rechte muss ich jetzt nachschauen ich will die dann eh schon wechseln nicht mehr zu dass das vibriert der kontrol immer bei den härteren einlagen ja setz dich durch oh bist du aber das hell ja bist du aber das so grell ja gut dass der ball nicht gelb ist das war ein ball gespielt soll ich sagen das war ein ball nein ich habe nur zwei gelbe ja vorsager und schmidt ok tschuldigung kein problem aber schmidt wird gehen und du hast was im test gebracht ja es war was soll ich sagen nicht wirklich aber trotzdem ja was soll ich sagen es steht 0 zu 0 die admira hält die 0 auch im test spiel gehalten vielleicht wird sie auch ein 0 zu 0 wir dürfen es nicht zu regerlich sehen solange die defensiv gut ist muss die offensiv nicht gut sein naja aber da reicht dann oft ein lucky shot sag ich mal genau aber da ist mir wichtiger die defensiv steht stark das weiß ich weil dann zweimal zu null spielen ist schon stark vor allem wieviel Torschuss hast du jetzt schon also ja da ist wieder die scheiße chancenauswertung auf lincoln city hatte da einige glaube ich ui ne 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 Aber wieder, die zweite Halbzeit ist wieder ein bisschen besser. Ah, ärgerlich. Die zweite Halbzeit ist wieder ein bisschen mehr, ja? Boah, 5 vor 100 Null Salzburg. Nein, warum bist du nicht zum Kopfball gegangen, der war ganz frei, Alter. Na, der hat sich jetzt hingeschissen dreht, ich dachte, der vordere nimmt ihn an. Jetzt habe ich gedacht, was, der Verteidiger geht weiter durch. Ja. Oh, das war schön. Nein, das war wieder so ein wacher Schuss. Ich glaube, der war auch abfälscht vom Verteidiger. Das war auch schön. Das war... Nicht so gut. Na. 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 Ja. Nein. Oh, du. Na, was war das jetzt? Da muss Brot ankrassen. Na. 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 hinten ja kapitän dort muss gehen da muss leider diesen patzer ausbaden tut ein bisschen weh aber es war das nein es gibt es nicht so glaube ich jeder jeder baller ja ja leid nach meinem mann oder nein danke bist du kam jetzt zwar überraschend für mich also das war jetzt also also ich muss sagen es ist verdient der sieg aber so ja wenn ich das jetzt so sagen darf ja ja ich bin bei dir ich habe jetzt schon eingewechselt aber das ist irgendwie bezeichnend für uns oder ich baile drauf bei der drauf scheiß chancenauswertung und die gedächtlich wenig und was ist ich nur den rennen naja so ergattet sich heute salzburg die ersten chancen ja und ist jetzt so hätte das sein müssen heidara und wagen das war jetzt verdient aber das erste muss ich sagen also ich meine vom herausspielen jetzt ja salzburg gewinnt wahrscheinlich jetzt daheim also im 2 0 da auch noch mal gett wolf hat hier zu gebissen oh naja schütter naja da war sehr sehr auffällig Der Wichser hat das absichtlich gemacht, der Wichser hat das absichtlich gemacht. Zweiter Elfmeter, jetzt wird es ein bisschen bitter. Jetzt wird es bitter. Der Wichser, der Buh hat das absichtlich gemacht. Nur, dass er noch einen Elfmeter reinnudeln kann. Der erste war nicht reingenudelt, Entschuldigung. Yes! Du schießt kein Elfmeter gegen mich! So Leute, das war's. Wir werden euch die Zusammenfassungen so weit wie möglich... War da nix. Hab ich nicht gesagt? So weit wie möglich stumm zeigen, das Ganze wirken lassen. Danach kommt die übliche Verabschiedung. Ja. Hau dran! Das hat er gemacht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Ball kommt rein. Der Ball kommt rein. Der Ball kommt rein.